Von mir aus kann es passieren, dass ein Schiedsrichter etwas falsch sieht. Aber wenn du den VAR hast, kann es nicht passieren, dass der VAR ihn nicht schickt. Also ich habe das ja dann so gehört, dass es offensichtlich so war, dass Lechner Petro Tiociko erklärt hat, was er gesehen hat. Nämlich, der Stürmer versucht reinrutschen und den Ball zu erreichen und bekommt einen Schlag von Türkmann. Ich habe mir zuerst gedacht, ich habe das nicht gesehen und der Türkmann ist einfach raufgestiegen, unabhängig. Das kann nicht sein, dass man irgendwie so voll den Knöchel erwischt. Das kennen wir mal unabhängig. Aber da war ja nichts, das war gar nichts. Das war eine ganz klare, also ganz klar schwarz-weiß-falsch-richtig. Es war ganz klar falsch. Und dann halt von zwei Facetten und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Vor allem hat es halt den fahlen Beigeschmack. Eröffnungsspiel, 93. Minute beim Stand von 0-0.